Wir haben heute den 4. Dezember und dürfen somit das vierte Kästchen öffnen. Das hat unser Klemmi bereits gemacht, das Teil auch zusammengebaut und wird es euch präsentieren. Hier haben wir ein schönes kleines Klavier mit einer Katze drauf und zwei Kerzen, damit auch die stimmungsvolle Weihnachtsmusik darauf erklingen kann. Na, das sieht ja mal richtig geil aus. Das sieht ja hübsch aus. Gefällt mir. Ja, Leute, ich würde mal sagen, verpasst heute Nachmittag nicht unser Adventsbauen, denn wir haben auch heute den 2. Advent. Tschöne. Tschö.